hallo mein lieber freund herzlich willkommen zu spieler tips for gamer in diesem video zeige ich dir den erfolg unantastbar bei dem geht es darum dass du einen weltenboss so besiegst dass er dir keinen einzigen hit macht und das mache ich hier bei diesem brandfleck also das ist ein drache das ist ein boss in der ersten welt und wie gesagt es geht nicht um einen zwischenboss sondern du musst einen weltenboss besiegen ohne dass er dich trifft und das ganze mache ich hier mit der jagdpistole wie du siehst also sie ist wirklich sehr sehr gut es ist nämlich wichtig dass wir schön auf distanz bleiben damit wir einfach nur seinen feuer bellen ausweichen müssen er hat natürlich dann noch so dieses flamenspein halt also dieses aber wenn wir auf distanz bleiben dann wird uns damit nicht erreichen so schön ausweichen und sollte hätte ich einfach treffen gehst du einfach raus also besser gesagt stirbst kurz und probierst es noch mal also ich finde das ist so einer der leichtesten bosse fertig ja du kannst auch wenn der sniper spielen also du kannst einfach eine fernkampfwaffe nehmen mit der strahlenkanone die habe ich ja auch vor kurzem gezeigt und da bekommst du auch schon dein erfolg unantastbar in meinen augen der leichteste weltenboss